Was ist H5P? Die kurze Antwort ist, es ist eine Software. Und ich sage auch gleich vorweg, man muss diesen Abschnitt nicht gesehen, nicht bearbeitet haben, wenn einen nur interessiert, wie diese Software funktioniert und was man damit machen kann. Wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt über die Hintergründe, also wo kommt die her, warum ist die an manchen Stellen so, wie sie ist, dann seid ihr hier richtig. Denn ich habe ja in Norwegen gearbeitet bei der Firma, die maßgeblich an der Entwicklung beteiligt ist. Deshalb auch diese schönen Polarlichter hier im Hintergrund. Und ich hoffe, ich kann dazu ein bisschen was Interessantes erzählen. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt ihr hier. Wenn nicht, guckt ihr einfach weiter im Kurs, was ihr noch brauchen könnt.